Ich bin ein bisschen verwirrt auch über das hier soll ich da rein aha das geht also das macht mir also nichts interessant ich dachte ich kann da nicht rein aber ich weiß aber auch nicht was ich mit dem mit dem Code da machen soll mit diesen ich muss mal hier gucken was auf den Symbolen es ist ohne da mal drauf zu tippen da ist eins da ist zwei da ist eins da da ist eins da was soll das bedeuten ich verstehe es nicht immer ein bisschen unsicher was ich hier machen soll äh da fuck ist das eine Sprengung jetzt oder ah ah ich sehe was ich gemacht habe ich sehe was ich machen muss ich brauche ich brauche ich brauche das da Moment ich muss das noch mal deaktivieren ich muss das noch mal deaktivieren mach das noch mal weg bitte danke danke ähm so ich brauche okay ich muss glaube ich das Zeichen da zusammensetzen jetzt was ist das hier okay das ist schon mal richtig dann brauche ich die zwei in der Mitte äh wo sind sie denn da sind sie nicht da will dann auf jeden Fall irgendwas rausbrechen habe ich so das Gefühl das ist es auch nicht da dürfen wir nicht drauf das da auch nicht ich brauche noch das untere nach unten den Bogen das ist auch falsch das ist richtig auf dem war ich schon so jetzt brauche ich noch den nach unten gewogenen wo ist er denn ja wo ist er denn das müsst ihr ja dann wohl er sein das habe ich nämlich nicht ja das ist es eigentlich das ist eigentlich das Zeichen was wir suchen oder oder fehlt mir noch was eigentlich ist es das ja das haben wir schon das sind zwei innere die brauche ich eigentlich nicht aber anscheinend noch irgendwie eins oder so aber warum warum tut es da so Funken sprühen das ist anscheinend falsch was wir da gemacht haben nein 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 oh ist da lang Alter ist das laut es ist falsch was mache ich hier bloß falsch oder soll ich es einfach bei dem belassen was ich da gerade gemacht habe okay ich mache das einfach nochmal das hier brauchen wir dann brauchen wir nicht das hier sondern das hier das hier brauche ich auch nicht dann brauche ich dann brauche ich das hier nicht und das hier brauche ich noch und dann gehe ich einfach Pech gehabt ganz einfach ich seh schon ich seh schon ich seh schon okay unten den Strich Moment ich fotografiere mir das mal kurz ab so einmal kurz abfotografiert das Ganze dann lassen wir das mal hier so kurz gehen wir wieder zurück okay dann machen wir das mal kurz ich brauche diese hier dann brauche ich den Strich nach unten das habe ich dann brauche ich das da hinten ja dann brauche ich den hier und ich brauche brauche ich jetzt die ich hoffe es ja und was habe ich jetzt getan was habe ich jetzt getan was ist jetzt der Sinn davon warum sind die jetzt hochgegangen das verstehe ich jetzt nicht alles jetzt ein Grund kann ich jetzt wieder gehen oder das Brützeln da hat aber aufgehört ich gehe da jetzt einfach mal wieder weiter ich hoffe ich habe da meine Aufgabe erfüllt bin mir nicht ganz sicher so hier ist nichts jetzt probiere ich mal ob das wieder geht nee das geht immer noch nicht Rätsel 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 okay aber wir haben schon mal wir haben schon mal was entdeckt das ist schon mal nicht schlecht das ist schon mal nicht schlecht das hat was mit den Symbolen zu tun aber ich weiß nicht genau wie und wo ich dann was machen muss das hier ist ja auch ein bisschen suspekt da komme ich oh doch da komme ich hoch ich will nochmal zu dem Turm hier gehen da flimmert es ja wieder so hier bekommen wir ja keine Bilder oder so okay haben wir so ein Zeichen mhm äh ja da muss man immer überlegen der Entwickler hat sich da Gedanken beigemacht das ist ja schon ein bisschen strange sehr strange würde ich mal sagen sehr sehr komisch ha aha okay wir haben hier schon unsere Aufgabe erfüllt wir müssen bloß noch zwei weitere erfüllen ach ist ja geil was fehlt uns denn jetzt noch jetzt ist das Symbol da was müssen wir hier machen also nochmal ein Erfolgserlebnis das ist ja ganz geil wir hatten jetzt auf der Seite hatten wir doch noch glaube ich Rätsel wo wir nicht geschafft haben nee da waren wir ja gerade pass mal auf ich geh nochmal ich geh nochmal hier durch und geh nochmal hier gucken hier muss es noch irgendwas geben was uns weiter bringt weil hier ah hier gehen wir gerade zurück okay oder ja wir gehen zurück da geht es auch nicht weiter dann gehen wir mal rückwärts und gehen hier nochmal alles durch stimmt hier haben wir ja noch das Rätsel ich sehe gerade da oben was ach du heilige das müssen wir wieder einsammeln okay ich bin ja auch ein Doofkopf weißt du das Symbol hier das ist ja dauernd da ich kann mich Throw up just ob ich weiss das Need ich sie weiss wir